Folgendes, Freunde, ich habe hier kurze Infos für euch. Und zwar am kommenden Samstag, den 30.09.18 Uhr findet auf meinem Twitch-Kanal ein Event statt. Dieses Event schimpft sich nicht anders als das große, kleine, erste 2.6 Community-Solo-Shuffle-Tournament. Und ihr habt folgende Möglichkeit. Ihr könnt euch da nämlich darauf bewerben, beziehungsweise anmelden. Und das macht ihr am besten auf meinem Discord-Channel in dem Kanal Events. Und zwar, ich springe hier einmal kurz rein, damit ihr mal eine Übersicht habt. Ich habe mir hier so eine Excel-Tabelle gemacht. So, pass auf, Punkteübersicht. So würde das später dann aussehen. Wir haben acht Damage-Klassen. Dabei ist es vollkommen egal, was ihr für eine Damage-Klasse spielt, was ihr für XP habt, Erfahrung, Max-Rating, Pipapo. Die einzige Voraussetzung, um das ein bisschen fair zu halten, ist, ihr solltet schon so ein, ihr solltet ein PvP-Weilbilden-Gearscore haben. Also ich würde mal sagen, 4 47er-Gearscore wäre schon das Minimum. Also darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Wir haben vier Heilerplätze zu vergeben. Und das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Ich gehe jetzt hier mal in die Rundenübersicht. Alle Teilnehmer spielen dreimal ein Solo-Shuffle. Nicht wundern, dass das hier auch durch Zufall sechs Runden sind. Aber jeder spielt dreimal sechs Runden. So, hier in der Übersicht sehen wir das einmal. Wir gespielt werden sechs Runden Shuffle. Also eine Runde besteht dann immer aus vier DPS. Zwei Heiler, die shuffeln sechs Runden gegeneinander, kriegen dann Punkte. Die Punkte werden danach bemessen, wer wie viele Runden gewinnt. DPS 1, das ist ein Anfänger, der schafft vielleicht dann nur eine Runde zu gewinnen. Von sechs kriegt er halt nur einen Punkt. Dann werden die DPS, werden alle untereinander durchgetauscht, sodass jeder DPS, jeden DPS einmal gefacet hat in einem Shuffle. Und jeder Heiler, jeden anderen Heiler quasi gefacet hat, sodass es fair ist. Insgesamt spielt jeder drei Shuffles. So, dann haben wir dann am Ende die Punkteübersicht. Das wird sich hier nach und nach umsortieren und die Punkte werden steigen. Und wir haben dann am Ende hoffentlich einen eindeutigen Gewinner. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt bei diesem Event irgendwie ein Fauxpas auftritt und wir zwei DPS beispielsweise mit derselben Punktzahl haben. Kann passieren. Ja, sonst entscheide ich das nach Sympathie oder ihr würfelt das aus oder wir finden eine andere Lösung. Aber ich denke mal erstmal nicht, dass das so sein wird und ich hoffe einfach das Beste. Nichtsdestotrotz, nochmal hier die wichtigsten Fakten. Auf meinen Discord-Kanal joinen. In dem Kanal Events. Ich zeige euch das auch mal. So sieht das Ganze denn aus. Hier. Ich habe hier mal reingeschrieben, wie ihr euch anmelden könnt. Ihr schreibt einmal rein Charaktername, Bindestrich, den Servernamen, auf dem der Charakter ist, die Klasse, welche ihr spielen wollt halt und welche Spezialisierung. Das sind so Sachen, die würde ich gerne im Vorfeld festlegen. So, das schreibt ihr hier unten dann rein. Ich mache mal mit der Kamera hier nach oben. Das schreibt ihr hier unten rein. Beispiel. Beispiel. Ich wäre dann Dyn DNS. So heißt man Hunter. Minus Blackmore. Auf dem Server, auf dem ich spiele. Nächstes. Jäger. Spezialisierung. Überleben. So schreibt ihr das hier rein. Wir werden natürlich, hoffe ich doch mal, mehr Anmeldung haben als Teilnehmer. Das heißt, ich muss dann raussuchen, beziehungsweise nach dem Zufallsprinzip, wer daran teilnehmen darf. Solltet ihr bestätigt worden sein, gibt es hier eine Reaktion. Ich mache dann so einen Haken daneben. Darunter und werde euch dann auch gleichzeitig auf diesem Sheet hier dann eintragen. Also jetzt würde ich hier jetzt meinen Namen eintragen. Aber ich nehme nicht teil, ich kommentiere das nur. Trage ich das da ein, würdet ihr hier auch in den Runden dann überall schon einsortiert sein. Wenn euer Name da steht, dann könnt ihr euch im Vorfeld, ich denke mal, wir sollten da bis Mitte nächste Woche oder spätestens am Freitag alle DPS feststehend haben. Könnt ihr euch natürlich schon mal im Vorfeld informieren, gegen wen und wie und was ihr spielen werdet. Ist vielleicht ein kleiner Vorteil, um sich vorzubereiten. Aber wie gesagt, das habt ihr alle. Dieses Google-Dokument habe ich auch im Discord. Jetzt muss ich das nochmal aufmachen. Hier verlinkt. Mit dem Link kommt ihr da auf das Sheet und könnt dann, das ist eure Bestätigung quasi. Falls ihr den grünen Haken nicht seht, aus irgendwelchen Gründen, die DPS, die am Ende hier in dem Sheet drinstehen, die sind bestätigt und werden dann halt am Samstag auch gegeneinander spielen. Da das unser erstes Event ist, in dieser Größe, ist ein kleines Event. Und der beste DPS und der beste Heiler, die sollen natürlich auch nicht leer ausgehen. Natürlich steht hier der Spaß im Fokus. Und ich möchte, dass das ein cooles Event wird, dass ihr auch untereinander connecten könnt, dass wir Spaß haben. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht, dass die ohne irgendwas da rausgehen, wenn die hier schon drei Runden schaffeln. Und zwar wird jeweils der stärkste oder beste DPS und der beste Heiler kriegen jeweils 50.000 Gold. Plus, ich werde hier auf meinem Twitch-Kanal, das gucken wir uns auch nochmal gerne an, werde ich hier in der Info, werde ich hier eine Kachel einfügen und werde dort eure beiden Namen verewigen. Und ihr werdet dann in die Geschichtsbücher eingehen, als die beiden ersten verdammten 2.6 Community-Solo-Shuffle-Tournament-Gewinner. Wenn das nicht ist, weiß ich auch nicht. Schickt das Video euren Freunden oder denjenigen, die vielleicht Lust haben, daran teilzunehmen. Und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns am Samstag, 18 Uhr. Bis dann. Peace.